Hallo ihr Lieben, ich bin, wie ihr hören könnt, ein wenig erkältet, aber ich habe eine Leseprobe versprochen und deswegen möchte ich das auch gerne einhalten. Mein Buch ist raus, Seitensprünge im Verlag Klett-Kotter und ich würde gerne einfach ein Kapitelchen daraus mal zur Verfügung stellen, damit man sich ein Bild davon machen kann, was drin steht. Es geht in diesem Kapitel über Zumutung und Zutrauen und über radikale Offenheit. Die These, Untreue muss nicht zur Trennung führen, wenn Paare erkennen, dass nichts gegen Katastrophen hilft, aber vieles machbar ist, um diese weniger dramatisch werden zu lassen. Let's talk about in guten wie in schlechten Tagen. Warum gelingt Paaren keine offene Vereinbarung, was im Fall der Fälle passieren sollte, ohne gleich das gesamte Beziehungsleben mit Kindern, Haus und Familie aufs Spiel zu setzen? Was ist am Thema Untreue so anders, dass es mit einem dicken Tabu behaftet am Ende des Glücks zu warten scheint und dann als Zerstörer des vermeintlichen Liebesglücks fungiert? Damit will sich dieses Buch befassen. Und es hat natürlich eine These, die salopp gesprochen etwa so lautet. Menschen haben eine gewisse Neigung dazu, an Gewohnheiten festzuhalten. Sie hängen an Bekanntem, auch wenn es uns heute nichts mehr nutzt. Als Beispiel mag dieses gelten. Menschen halten sich immer noch voller Inbrunst und Überzeugung Haustiere. Ich auch. Obwohl diese ihnen im Regelfall weder schmecken noch nutzen. Dennoch lieben sie ihre Hasen, Hunde und Katzen inniglich. Das haben sie zu der Zeit der Sesshaftwerdung gelernt. Es ging ihnen das Erbe der menschlichen Kultur über und daran halten sie noch heute fest. So ein Hund gehört halt einfach dazu. Das ist die Historie des Menschen ganz tief drin in der kulturellen Zellebene. So ähnlich ist es mit der Monogamie und der ewigen Treue. Alle wissen, dass dieses Zugehörigkeitsversprechen in der Reinform illusorisch und unzeitgemäß ist. Es klappt einfach nicht. Und doch lieben die Menschen ihre Monogamie ähnlich innig wie ihre vierbeinigen Hausgenossen. Einfach so. Weil es dazugehört. Diese Unvernunft ist nicht schlimm oder bedrohlich, wenn man sie sich bewusst macht und sie gut kennt. Und liebst du mich nicht mehr? Ist das der Tod. Es ist unsere gesellschaftliche und normative Vorstellung von Liebe, die uns dazu bringt, nichts, aber auch nichts katastrophaler zu finden als einen Seitensprung, eine Affäre, eine Außenbeziehung. Diese Vorstellung ist von unserer Kultur geprägt, so wie von religiösen Fundamenten mit ihren ganz eigenen Terminologien. Wir sind geprägt von der Vorstellung, wie Ehe und langlebige Liebe auszusehen habe. Unsere Eltern, deren Eltern, die deutsche und europäische Geschichte, Amerika, die Medien, alle prägen mit. Wir glauben an die große Liebe und wer daran glaubt, der will sie feiern mit all den Symbolen, die unsere Kultur kennt. Wir trällern die Songs aus dem Radio, sehen die Liebesfilme aus Hollywood, wir kaufen schöne Kleider, um uns gegenseitig zu gefallen und richten mit Unterstützung von Ikea unsere erste gemeinsame Wohnung ein. Wir geben Unsummen für Hochzeiten aus, verehren das Brautkleid wie eine Reliquie und lassen Tauben aufsteigen, bevor wir uns in den Zug der Ehe setzen und ins gemeinsame Leben starten. Alles wird begleitet von Möglichkeiten, sich mit gekauftem und erworbenem den Weg zu ebnen. Und was, wenn im Laufe der Jahre die Worte ausgehen? Wenn die Leidenschaft zu vertrocknen droht, weil Kindererziehung und Alltag an der Liebe zerren oder berufliche Möhlen liebende Möbel machen? Wenn das Interesse an fremder Haut oder an einer anderen Person steigt und die Neugier aufs Vertraute abnimmt? Auch dann, auch dann ist für alle erdenklichen Belange gesorgt. Eine ganze eigene Wirtschaft lebt von dieser Sehnsucht. Wer als Mann sexuelle Gelüste hat, kann ein Bordell aufsuchen. Davon gibt es unzählige. Sie bieten Geliebte für Stunden. Alternativ kann im Internet pornografisches Material angesehen werden oder in Chats erotisches Geplänkel mit anderen getauscht werden. Als Frau stehen einem diese und auch andere Wege offen. Seitensprungportale und Sexforen reiben sich über jede interessierte Fremdgängerin vor Freude und Geschäftssinn die Hände. Auf Vereins- und Regelfahrten wird gebalzt und geknutscht wie entfesselt, vollkommen hemmungslos und semilegal. Würden alle, die in Willingen oder im Sauerlandstern oder in El Arenol fremdgehen, konsequenterweise die Scheidung einreichen, weil sie unter den Augen der Kollegen eine andere begehrten oder sich einem anderen anböten, würden die aktuellen Scheidungszahlen sprunghaft in die Höhe schnellen. Privatdetektive verbringen viel Zeit mit dem Beschatten von Fremdgängern. Treuetester sind engagierbar, um dem Partner eine Falle zu stellen und die Alibi-Agentur liefert gegen Geld Ausreden, Hintergrundgeräusche für getürkte Anrufe und sogar Entlastungszeugen für Seitenspringer mit krimineller Energie. Dieses Buch versucht die Macht des Seitensprungs als Kontrollinstrument und Gradmesser für die Liebe an der einen oder anderen Stelle zu brechen. Wer darum weiß, woher die eigenen Gefühle, Antriebe, Befindlichkeiten und Ängste rühren, wer sich auch in Beziehungsfragen kommunikativ verständlich machen kann. Wer keine Angst hat, den Partner durch das Aussprechen des eigenen Begehrens zu verletzen, hat eine gute Chance, die eigene Partnerschaft von einem schweren Kreuz zu befreien und spart sich unter Umständen viele folgenschwere Denkfehler, sowie Zeit, Nerven und Geld.